Willkommen zurück bei Infested Planet. Wir haben die stolze Summe von 96.000 Grad verdient. Ich will mal schauen, also in so einem Bonus-Level, Extra-Level. Random-Level, genau. Wir können uns nichts mehr kaufen, okay. Dafür vielleicht eine Mini-Mini-Gun nicht. Ich mache vielleicht einen Extra-Typen. Und einer dieser Extra-Typen wird... Offizier, okay. Okay, close on next mission. Dann haben wir ein bisschen Bonus. Jetzt haben wir nicht nur fünf Soldaten, sondern sechs. Und einer davon ist Offizier. Momento Mori, Story-Mission. Commander, der General hat sich ab und für die tiefen Hände gelegt. Ein Moment ago. Kurz bevor wir hier da sind, ist er losgegangen und ist in den tiefen Höhlen. Hat wahrscheinlich auch schlechten Empfang, aber gut. Ich bin nicht sicher von seiner Stabilität an diesem Punkt. Ist er psychisch angeknackst ein bisschen? Seine Obsession mit der Verkäufe ist uns alle in Gefahr. Er ist so besessen von dem Sieg, dass er uns alle in Gefahr bringt. Bitte, folge sein Team und schau, wo er hingegangen ist. Go, Wind, Gun. Genau, Wind, wo er hingegangen ist. Er. Er war es auch, glaube ich, ja. Müsste eigentlich. Ähm... Wo sind wir? Ach, wir werden abgesetzt. Okay. Destroyed Giant Hive. Kommen die hier irgendwo? Nee, die kommen von da. Was ist da? Geschütze, okay. Hier ist der Giant Hive doch. Wir haben den Offizier. Yeah. Ähm... Schnell Heilung hinsetzen. Da hin, bitte. Kurzer, gezielter Rückzug. Was? Ich komme hier überall raus. Nee, erstmal den da retten. Einen lassen wir mal... Nee, nicht den Kommandant. Wir machen... Äh... Den da. Wir müssen erstmal von hinten absichern. Dann können wir noch nach vorne kümmern. Erstmal hinten ist wichtig. Genau. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Punkte übrig. Wir machen mal... Sniper. Wir machen... Schild. Die werden ja alle übernommen hier unten. Aber wie gesagt, wir machen erstmal den Schild. Dann machen wir hier noch einen Minigun hin. Weil wir da oben nicht so viel aufpassen können. Die werden ja alle zerlegt hier oben. Ach, das sind welche, die schießen. Wir müssen nur überleben. Öh, wo sind die alle hin? Was? Wo sind die hin? Macht mal alles nieder da oben. Und da unten. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo zuerst. Ei, 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 ei. Feier. Dann machen wir noch eine Person hinzu. Die Person wird Schrot kriegen. Der General ist tot. Sie haben ihn. Ist sie jetzt vorbei? Nee. Wir können uns aber die Punkte erstmal holen. Äh, nee, schlechte Idee. Die Punkte können wir uns holen. Die und die. Sehr schnell zurück. Brauchen mehr Leute. Zack, 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 zack. Oder aufgerüstete Leute. Komm hier, Flammenwerfer. Nach da würde ich es schätzen. Und so weiter wir runtergehen, wahrscheinlich... Ja. Und so gemeiner werden sie. Zehn Punkte. Oh. Heilung. Nee, warte mal. Da ist kaputt gegangen. Mach mal ganz. Unser Schild. Sieht jetzt dauerhaft an eigentlich. Schon wie alle tot, ey. Manu. Der Punkt ist weg, okay. Schon wie alle weg. Was passiert hier? Wir haben auch so viele Sachen hier, ey. Boah. Wir können nur Leute verlieren. Geht ja gar nicht. Anders. Boah. Sie haben das mal gespawnt. Wir müssen einfach die Zeit überleben. Ich... Ich seh schon. Komm, helft mal da oben. Jetzt greifen die hier noch an. Boah. Boah. Das ist so gemein. Hahaha. Wie wir das überleben sollen. Malo. Was macht es hier ganz? Puh. Puh. Das war harter Stoff. Da unten eine Attacke. Zeig doch mal, was der Schild macht. Protect Shield blockt ein wenig Schaden. Ist eigentlich gut. Aber was für ein Bereich? In dem hier? Wahrscheinlich. Ich nehm's mal an. Hol zurück und bau auf. Ne Person mehr. Bitte. Danke. Alter. Was wären die da noch angegriffen? Pointlust. Sag mal. Veräppeln. Veralbern. Wo sollte ich erstmal runter rennen? Und da retten. Pass auf. Ich mach mal so ein Level kurz neu. Surrender. Versuch direkt erst unten zu verteidigen. Quasi gezielter Rückzug. Zum Shop. Wir haben... Ach, wir haben ne Person die extra geholt. Nein! Komm, wir holen die Minigun. Zack. Fertig. Start. Weil wir es können. Holen wir uns jetzt richtige dicke Wumme. Lunch. Launch. Extra Person. Das andere bauen wir gleich unten hin. Noch ne Person. Das ist die Minigun. Yeah! Wo ist denn die? Hieß da unten, okay. Wir lassen ihn hier stehen. Bauen uns da unten auf. Ja, Kumpel. Hier, äh... Wir können nicht alle Hilfe retten. Deswegen, äh... Wir müssen ja nur überleben. Das heißt ja nicht, dass wir hier alles, äh... wirklich übernehmen müssen. So, sauber. Jetzt machen wir mal hier den Heiler hin. Ne, die Medipod. Gebäude. Ja, genau. Das da. Zack. Bau hin. Schneller. Was? Schafft der das eigentlich da? Ne. Wird alles übernommen da oben. Kaum zu retten. Aber hier unten kriegen wir es. Relativ hin. Relativ, sag ich nur. Feuer. Ja, auf jeden Fall. Flames Tour. So viel Schaden. Mann. Kommen alle wieder. Kommt jeder woanders wieder? Ne, alle hier. Wow. Wow. So viel Schaden. Alter, guck mal, wie schnell die runtergeratzt werden. General Tode. Sie haben ihn. Ich hab's gesehen. Offizier ist weg. Nein. Der Minigun, zeig mal. Dan, 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 dan. Oh, der zieht Gewicht. Ein Heilerpod wär noch gut. Wenn wir dann können, mach ich einen Heilerpod. Aber hier lässt sich erst mal gut überleben. Erst. Ja, erst mal. Außer die hier hinten fallen auch noch. Und wie es aussieht, könnte es passieren. Was? Der Punkt. Können wir die irgendwie abschießen? Ne. Der Minigun lebt noch. Und der Offizier. Da unten kommen die alle wieder. Schnell hoch. Hoch, 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 hoch. Den Punkt haben wir noch. Können wir nicht was anderes bauen? Ne, können wir nicht. Da sind noch ein paar Punkte. Kommen wir aber leider nicht mehr ran jetzt. Noch was? Oder haben wir alle? Haben wir. Sauber. Können wir kurz zurückschlagen, würde ich denken. Alter, was ist denn das? Wow, die Attacke war gut. Kräft mal alle anderen. Den Punkt links. Die Welle ist gerade besiegt. Kräft an. Oh, Geld holen. Das ist wichtig. Klick. Super. Drei extra. Wir machen gleich mal Miene hin. Irgendwo hier, würde ich denken. Das hält ja ewig, fast schon. Achso, der wird ja eh übernommen gleich. Recapture. Und da scheint er wieder, der eine. Raketen. Weg damit. Drei Punkte haben wir. Wir können jetzt ein bisschen Money holen. Hol mal. Ne, falsch. Wer hat's denn? Hat er's? Nein, er hat's. Sauber. Hol's dir. Ah, drei Punkte. Jetzt kommt die nächste Welle. Wir holen noch einen neuen Typen. Ab nach vorn. Der kann mal gleich mal was holen. Obwohl er gleich angegriffen wird. Ja, geht alle kaputt. Wir brauchen keine Soldaten. Nein. Komm hinter die Minen. So, du willst mal ein bisschen Money. Schnell zurück. Was? Feuer frei. Auf nach vorn. Auf nach vorn. Aber wie viel. Boah, ist. Minigun zurück. Die Minigun hält richtig stand. Das ist schön. Das Minenfeld ratzt, glaube ich, auch recht gut. Okay, kurz in die Welle überleben, würde ich sagen. Oh. Boah, was geht da? Können wir noch schnell was bauen? Hier zum Beispiel? Einfach nur, weil wir können. Oder beziehungsweise nicht. Jetzt kommen sie alle hier wieder, ey. Oh. Oh, jetzt ist die andere hochweg. Wo kommen sie wieder? Wo kommen sie wieder? Alle da oben. Nein. Komm schon. Weiter da unten, weiter da unten, weiter da unten. Auch zum Rifle-Typen müssen da helfen. Wie viel? Meine Güte. Alter Falter. Jetzt greifen sie da unten mit an. Das kann man doch nicht überleben, ey. Boah. Nein, Alter. Vor allem die Heilung hier. Ein bisschen Heilung wird es da stört. Der muss wiederbelebt werden hier. Bau es auf. Und einmal noch ganz zurück rennen und hier aufbauen. Das wäre auch eine Idee. Aber das können wir uns jetzt nicht leisten. Pointloss. Ja, danke. Recapture müssen wir. Wenn man mit Einheiten hier gerne wiederbelebt. Mann. Lass das Gebäude stehen. Nein, es ist komplett weg. Na gut. Nein, 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 nein. Benickel. Nein, nicht Benickel. Das da. Bau hin. Los, mach schon. Ziehfinger. Yes. Ab nach oben. Ich sag nicht, es ist hektisch. Nein. Keinesfalls. Ah, die Medi-Gun zieht Gewicht. Was? Ich geh hier ab. Kommt einfach so ein Punkt hin. Müssen wir uns langsam sicher zurückziehen, ey. Die Mies. Rock jetzt auf den. Wow. Oh, der hat Sachen gebracht. Kommt schon, holt ihr das. Renn rin da. Jetzt holt's dir rück. Jetzt ist der Punkt hier auch weg, ey. Ab Attacke nach vorn. Die Medi-Gun hält vollstand. Wie hart der ist. Wow. Was macht ihr da? Sie haben sie gelb. Sie haben so schöne Zeug. Die haben noch ein bisschen Zeit für... Haben wir nicht. Wir haben keine Zeit. Aber den Shotgun kann ich holen. Er ist wieder da. Juhu. Flammenwerfer. Hau rein, Kumpel. Nein, er ist da hinten. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Gezielter Rückzug? Ja, gezielter Rückzug. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Puh. Ey, nicht ranzoomen. Hält ihr es erlaubt? Alle hier hin. Was ist das da unten? Ach, die greifen das an. Bööö. Die geht nach da. Ja, die wollen halt nach unten. Alles vernichten wollen sie. Ah, ich seh schon. Nicht, nicht so geil. Hoffwurzquats. Bringt ein bisschen Geld? Wär schön. Ja. Her damit. Zack und zurück. Go zur nächsten. Und zurück. Drei Punkte mehr. Jetzt kann man recapture gleich. Sieben. Sag mal, was können wir holen. Nein, 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 nein. Sex, Sniper. Feuer. Ne. Können wir hier was cooles machen? Reinforced. Bessere. Life Supply. Wir machen einen zurück. Und Shotgun zurück. Holen einen Life Supply. Am besten nach ganz hinten. Da hin. Pau mal hin. Lenny könnte mal zurück angreifen. Jetzt ist die Zeit. Recapture. Perfekt. Ich hab keine Zeit zu kommentieren. Tut mir leid, aber ihr seht's ja. Mach's nieder. Knüppel's nieder. Da sind Punkte gekommen. Hier sind Punkte. Yeah. Wollen wir alles holen. Hier kommen wir wieder nach vorn. Wie geht's dahin? Oh, alle weg. Fast ne Chance. Woah. So, dahin bitte. Zweie. Dreie. Vier noch da? Oh. Kurze Ruhepause. Bleibt nicht lange so. Was können wir cooles machen? Schrot. Wiederbelebt. Na Quatsch. Zurückerobert. Attacke. Das sind vier Punkte mehr. Noch ne Schrot. Immer schön aufrüsten, was wir können. Vier Minuten, ey. Niemals. Den Käpt'n, glaub ich, können wir auch nie retten. Hier sind ja noch ein Min. Recyceln. Recyceln. Neue Personen. Ne, reicht nicht. Schade. Snipers. 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 Gunner. Haben wir hier einen Offizier bei? Haben wir nicht. Mach ich den Schrot. Zurück. Und Offizier. Ja, Rückzug. Toll. Nein. Nein. Ey, wir brauchen mehr, mehr Mini-Ganz. Viel, viel mehr. Kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Nur nach drüben verteidigen. Lauf. Jetzt kommen die alle da unten. Was soll denn was? Nein. Pointlast. Vier. Schrot. Ab nach oben. Dahin am besten. Das Geschütz, äh, nützt mir mal als Rücken-Deckung. Okay, erstmal alle wieder da. Heilpunkt ist hier, sauber. Puh. Zur Not können wir hier alles retten, denke ich. Was macht denn der da unten? Komm weg da. Wir brauchen dich vorne. Voller Offizier. Oh, nur ein Offizier noch. Warst der auch weg? Wie schnell geht das denn? Nein. Retter da unten. Obwohl, du musst eigentlich da stehen bleiben. Eigentlich. Aber die rücken auch vor mit dem ganzen Sporn. Nicht feierlich. Gar nicht. Feuer, 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 frei. Feuer, frei. Du noch da. Es ist schon wieder irgendwas an der Seite gekommen. Irgendwas schießt hier die ganze Zeit. Ich hoffe, wir schaffst es. Ansonsten versuche ich es ein bisschen Offscreen zu machen. Oh Mann. Ich kann doch hier hinten alles abbauen und vorne hin machen. Aber jetzt denkt man so schnell wie die schießen. Äh, äh. Äh, äh. Nein, was soll denn das? Ich will nicht ran zoomen. Minigun. Ist das, äh. Nein. Wie viel Minuten? Zwei. Macht's nieder. Oh, mein Lebenssupply. Schleifsupply. Nein. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh. Mann, was soll denn das? Das ist so ein Tergesummel hier. Feuer. Das muss jetzt hier hinten gebaut werden. Sniper. Nein. Ähm. Da. Heilung. Bau hin. Schnell. Und... Zack. Jetzt aber verteidigen. Der da oben, der hält's tapfer durch. Ja, Alter. Der ist gut. So viel Rüstung, wie der zieht. Ich glaub, den lass ich aus. Nee, der kämpft sich durch nach unten. Mach mal. Teilweise. Ich glaub, er schafft's irgendwie. Nee, der geht da unten. Sorry. Alter, was ist hier schon wieder? Ey, wie soll man das schaffen? Guck mal, die ganzen Buffs von den Monstern. Wow. Feuer. Attacke, Attacke. Ne. Point Recapture. Zurück erobert. Noch eine Person mehr. Komm. Vorwärts. Ach, die haben den. Nein, die haben den. Einige da weg. Bau auf. Bleib an. Bleib an. Bleib an. Unsere Heilung ist weg. Da, bau auf. Bleib an. Die haben nicht mehr viel. Eine Minute noch. Flammwerfer wär'n auch toll. Aber die haben keine Kapazitäten dafür. Eine Minute. Glaubt mich. Mir hackt's, ey. Oh, direkt Punkte gegeben. Danke sehr. Können wir irgendeinen Flammwerfer machen oder sowas? Oder was können wir bauen? Zeig mal. Medi-Coin. Könnte was bringen. Vielleicht. Ich versuch's einfach mal. Komm, wir haben ein dickes Ding hier. Weg damit. Feuer. Ja, da geht's. Kurz zurück. So, schickt man Leute wieder her. Boah. 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 Die letzten Phase. Alter, wie viele schießen. Wie soll das denn machbar sein? Boah, 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 boah. Brauch's auf. Wenn ich ein bisschen noch Heilung mitnehme. Doch, da ich zoom' ein bisschen ran. Für die letzten paar Sekunden. Boah. Boah. Guck mal hier. Überall kommen sie her. Egal wie viel wir zerschlitzeln, sie kommen immer wieder. Die ganzen geben ein bisschen für den Ende. Aber nicht mehr viel. Langsam ist vorbei. Vier Sekunden. Nein. Jetzt? The Birds out of 4. Oh, die werden abgeholt. Was für ein schreckliches Level. Das hat mich wirklich umso mehr immer ans Dach. Waschip Troopers an dem Endlevel, wo die überrannt werden in der Endwüstenfestung. Wo die Bugs an den Mauern vorne so sehr, äh, so oft sterben, dass sie sich häufen und langsam aber sicher über die Mauer rüberkommen. So ein Massensuizid kann auch was Gutes sein. Wenn die einzelnen Leben nicht lieb sind, dann schon. Aber erstmal hier. Boah. Vorbei mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und wartet auf mich. Tschüss.